Sehst du das bein? Nach 149 Logs JA! Karsel, ich gehe das bein! Ich werd die Folge einfach drehucken hier Ja, ich werde die Folge einfach drehucken hier glaube ich Da musste wieder so neunmal zuhören Weil ich das grad abfuckte... Jetzt kannst du ihn schieben Was? Ja, find ich auch So was fuck dich grad ab? Lukas Danke Leon, sonst muss ich das Spiel minimieren Das ist kackt Friß es, Leon, friß es Man kann es essen muss maximieren das ist das was wir uns täglich manchmal fragen Nee er ist eigentlich Er ist eigentlich er ist eigentlich nett aber dann denkt er manchmal Luca schon nett aber er denkt nur manchmal dass er witzig sein muss unbedingt Ich habe kein anderes Wort mit ihm gewechselt Alter der Typ ist halt einfach so ein attraktiver Bursche, der ist das nicht gewöhnt von Frauen in den Korb zu kriegen, Karin Luca war jetzt sogar Er ist brav Haben wir das gefixt? Krass Ja, da sind wir Ja, da sind wir Zitat Kahn Mh Mh Alter wie viele Waschbären hier gerade sind Alter ich hab dem jetzt der Ex-Luke gesagt Schreib ja sonst wäre er nicht in unserem Chat gewesen Ich hatte mir schon geschrieben dass das der Fallsch war und so er meinte so Ja ist das denn normal dass ihr zu viel auf dem Channel seid und so Ja Ist es verdammte Ey hier sind die Babys Ey Leon wir sind in der gleichen Höhle mit der ich beim letzten Mal mit Alex war Äh Ja Das kann gar nicht sein weil das ist die Höhle in der Ey Alex, erinnerst du dich noch an diesem Ort wo die ganzen Kisten standen und die vier Babys rumgecrawlt sind Ja wir sind gerade an diesem Ort Alter das ist Das ist halt die Höhle wo Alex und ich als allererstes waren Das ist eigentlich zur gemeinste Damenwelt Ne Luca ist schon nett Luca ist schon nett Aber er mag Kahn nicht Ja Ja Ich weiß Ich weiß nur dass er Kahn nicht mag Keine Ahnung Bist anscheinend bei der Gamescom irgendwie nicht aufgefallen Ja Leon dann lass einfach mal wieder verpissen Weil hier war echt nichts drin Ja ich bin am Ich bin am anderen aus Leute Ja vielleicht deswegen Wo ich ja gerade bin sind zwei Leon ich bin ja gerade echt hart am absippeln Ja ist halt Captain Swag Ich hab hier gerade so zwei Fettis die mich angreifen Ja Oh Gott Ne er wirst brav Ne ich hab keine Ausdauer mehr Braver Boy Ach er hat mir ein Feuer mal gemacht Oh Mann Ah wusste gar nicht dass man mit dem Schlittel die Büsche umfahren kann Jajaj Weißt du es mir auch gerade auf Ist halt in der Höhle ne Gerade hier zwei Kahn leeren Ok Gut Wachsen die Bäume überhaupt nach? Ne oder? Ich renne eigentlich gerade auch nur irgendwie raus weil ich auch voll im Arsch bin Weil es ja auch nur andere Viecher sind die mich angreifen Also marche dein Rausgang es halt heute schon jeder kämpft um sein eigenes überleben ja die höhle hat halt zwei eingänge ja aber wir haben ja keine ahnung es gibt nämlich zwei verschiedene höhlen da müsste es nämlich links irgendwo weg gehen wo wir runter gesprungen sind wenn es die höhle ist dann ist es die höhle wo wir letztes mal waren dann musst du links vom lager gehen und wenn du dort runter springen kannst wenn ich jetzt wieder reingehe habe ich das problem dass da fünf vier sind und zwei von den großen einfach durch rennen und dann ist da irgendwo so ein seil das schaffst du schon also wo die baby montanten waren da waren ganz viele getränkt einfach in die richtung links halten von den babys und dann ist da so ein kleiner gang da geht es dann hoch dann geradeaus dann ist da die höhle mit den fetten viechern und immer so weiter wenn du dort bist dann müsste irgendwo eine kiste sein mit so da da kannst du dir aus da zurückdringen ja es geht eh voran wenn wir jedes mal 14 bringen noch zehnmal hin und her easy nur wird die strecke immer weiter bei updates manchmal malerische natur hier schau jetzt ist er schon wieder geflipped Der dreck Ja, er läuft weit. Ja, Zombie und Karneval ist schon ein bisschen... Es verwechselt sich auch auf die letzte Zeit, kommt mir vor. Harin, schaffst du es irgendwie daraus? Nee, nicht wirklich, ich verlaufe mich gerade. Noch nicht. Ja, im Zweifelsfall, das ist doch voll einfach bei den Höhen. Du gehst da einfach die Wege lang, jeder Weg führt irgendwas zu einem Ausgang. Nee, also ich bin jetzt die zweite Sackgasse, in der ich gelandet bin. Nö. Also hier ist ne Bank. Ja. Schatzi, Bubu. Oh, wie das war knapp. Viel zu viel verschaden. Nein, nein, nein. Hier müsste auch mal ein Zwischenlager sein, Holz. Zwischenlager haben wir nicht mal sowas gebaut hier. Auf der Lichtung. Ja. Und schon. Help. Greif den anderen, weil ich ihn blocke. Hinter dir ist noch einer. Oh Gott. Sein Weg. Oder? Na. Da auch nicht. Ja, ich block. Pass auf. Ich bin fast dort. Der hinter dir steht wieder auf. Ich hab den letzten Rest gegeben. Da läuft ein Rader beim großen Loch. Ich lock. Ich lock. Block, block, block. Baudel. Also so ein Baum. Okay, gut. Alter, das war knapp. Alter, das ist schon scheiße. Wie die uns immer verfolgen. Ich hab fast keine Medizin mehr. Das heißt, du musst auch bald wieder. Auf dem Weg machen. Leben recken. Wohnen die Koffer eigentlich immer wieder, oder ist... Ja, das ist unsere Ausruhe. Da waren wir schon mal. So. Wohnen die immer wieder, oder sind die auch begrenzt? Wohnen die immer wieder, oder sind die auch begrenzt? Wohnen mal wieder. Ja. Hier müsste auch noch irgendwann... Ding sein. Das ist so krass, wie man die teilweise... Ich glaub, der hat den Berg hier ein bisschen angepasst, weil haben wir nicht mal hier so eine kleine... Oh Gott, nee! Oh Gott, wo kommt der denn her? Alles klar, Stiefel, ich bin tot. What the fuck? Oben wieder. Ja, also mittlerweile sind die ja in die richtige Bedrohung. Ich muss wegrennen, sonst überlebe ich's noch. Es war halt echt nur einer, aber der hat mich halt instant umgeklatscht. Und dass ich irgendwie auf dem Boden lag, und hat auf mich eingeschlagen. Das ist natürlich auch ganz große Klasse, dass die Achse in dem Ding noch nicht respawned ist. Ja. Ja. Ja, ja. Dann Rückzug. Das ist natürlich geilo. Komm er auch mit. Dann hol ich den zweiten. Ja. Ja, ich... ich schau, dass ihr da wegkommt. Auch, ja, doch. Auch, glaub ich. So. Oh, Leon! Ey, Leon, weißt du, was bei mir grad passiert ist? Oh, das war's knapp. Und zwar der Bil-Ausdauerregner. Richtig und nice. Richtig und nice. Ich muss sowieso gleich wieder Koffer absurden. Ich hab keine Koffer gespawnt. Ich hab keine Heil-Ausdauer mehr. Ich hab keine Koffer absurden können. Ich seh eventuell, ne. Das wird nix helfen. Eine Mauer bei der Brücke. Bitte was? Pfeffer. Da ist ja eine Mauer spüren. Ei, Papa. Wir sind ja ruhig. Da sind wir ruhig. Das... Da sind welche... Wir müssen wir das auch mal rauszuschneiden können. Super. Joa. Und ein Fallstarmschein gestorben. Scheiße. Boah, das ist echt die Runde des Sterbens. Mann, ich komm echt genau raus, wenn's grad... Leon, warum bist du tot? Ich bin lowlife gespawnt und im Dunkeln grade ausgelaufen und konnte mich halt nicht heilen. Ich glaub, ich komm nicht mehr rechtzeitig nach Hause. Ich glaub, ich verhungert zuerst. Ja, wenn du noch heilen kannst oder so, ist das ja kein Problem. Oh ja. Ja, weiß nicht mehr, wie lang ich das kann. Bats, ich will noch schnell, dass es... Mein Fawnt hat echt mega lowlife gezogen. Hi, Karin! Was? Leon! Hey, Leon! Nein, nicht wieder! Nicht runterfahren, ich gleich! Ja, 120. Ich bin halt grad instant gestorben, weil ich so mega... Sind ja schon wieder da. Ja, 120 brauchen wir noch. 118. Halt einmal von mir ab hinter mir, wenn's zu schaffst. Wait, ihr seid echt ganze Zeit am Bauen und wir sterben. Und zumindest, ich sterbe gar nicht Zeit nur. Wir sterben. Ganz klar, ja. Aha. Muss mir mal welche Waffen bauen und so. Ja. Feierbau! Das ist so... Immeral. Na, 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 na. Ja, das ist ein Feierbau. Wir jetzt echt einfach nur noch immer in ne Burg rein. Und dann für immer da drin sitzen bleiben. Oh fuck, ich verungere. Fass. So. Mauer bei der Brücke. Ja, bestimmt. Da müssen wir noch ein Ding machen. Rucksack. Da war auch echt schon richtig dirty. Boah, ich bin dann nämlich noch während vorbeigekommen, mein Leben. Au, nein. Ja, die waren giftig. Au. Hahaha. Ich dachte mir, ich ess die einfach mal. Egal, die Ideen. Nein, das war auch giftig. Da war grad was in nem Stein. Da war grad halt was in nem Stein drin. Nein, das war's auch. Guck mal, guck her. Und was machst du da? Was isst du denn alles? Nein, nicht hauen. Nicht hauen. Irgendwann müsst du noch gelernt haben, was giftig ist und was nicht, oder? Nein, ich bin halt echt von nem Arsch. Und... Und... Gaua! Was war das? Irgendwas hab ich glaube ich da angegriffen. Ähm, 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 ähm. Äh, da sind welche keine Ballen vor uns. Ah. Nein, das ist insgesamt für andere Sachen, Anna. Arzen. Ja, das ist halt schwierig zu sagen. Na jo. Oh Gott, Leute. Ja, Bogen wär halt super, ne? Sie sind für dich da, wenn du so sie brauchst. Ich mein, ich hätt da ein Ex- also, Feierbau aber... Ah, Leute, ich brauch was zu essen. Kannst du bitte mal kurz nicht deine Ausdauer verlieren, während die Eingeborenen grade alle auf dich drauf gehen? Danke. Ja, sehr schön. Essen, essen musst du essen. Boah, die sind, die sind schon wieder alle auf der... auf der Ebene drüben. Ich hoffe, wenn ich beim Fluss bin, dass ich dann Ruhe auf Holz füllen kann. Warum? Äh, das hat man eigentlich gehört, oder? Oh mein Gott, du enttäuscht deine Flüsse zum Schauen. Ach so. Ja. Ja. Ach so. Ja. Permanent. Permanent. Alter, was ist das die ganze Zeit für ne komische Schrott-Sache, die da im Hintergrund immer irgendwie narbert hat? Irgendwie vielleicht keine Geschwister... Diese Schrott-Sache ist doch die Freundin. Ne, Leon, was ist das nicht? Das ist meine Freundin. Sorry. Diese Schrott-Sache, Alter. Hast du mal an die Zeichen gedacht, du Lappen? Was, Leon? Ja, ich schau, dass ihr gleich wieder wegkommt. Ich hoffe, dass sie das nicht gehört hat. Ey, wieso? Aber ich möchte den Bam noch schnell umhatzen, dass ihr wieder sieben Stämme habt da. Oh Gott. Ich muss wegrennen. Ich komm. Wir haben jetzt den Fluss überquert. Ey mein Effigy ist ja immer noch nicht fertig gebaut, Leute. Was habt ihr denn jetzt? Ja, ich weiß, ich laufe grad. Der kommt grade auf mich auch wieder gerannt. Wir haben gekämpft, wir haben gefarmt. Ich laufe schnell durch. Ja, okay, ihr habt gekämpft. Und warum sind hier dann keine Leichen, die man so schlagen kann? Geh einfach vor der Mauer weg, dann hören wir auf. Weil sie nicht down gegangen sind? Und die Karin. Was ist das? Die werden wieder abgehauen. Copyright an dieser Stelle. Abgehauen. Abgehauen. Ich hau die gleich auch nichts ab, ey. Soll mir nicht mal... Okay, ich bin halt so... Also, mein Equipment... Ich muss mal noch aufschneiden, dass ich von 115 bis 125 die ganzen Stellen rausschneiden muss. Zwischendrin die Stillphasen, weil mein Vater mal die ganze Zeit ins Mikrofon nebengelabert hat, weil er das nicht versteht, was Aufnahme heißt. Nein. Ne, Mann. Ne, in TS hört man es ja auch nicht, aber... Nein. Ich bin wieder ein Schneemann, noch eine Lupe. Als Aufnahme, da hört man alles, ne, was ins Mikrofon gibt. Das ist verkehrt mit dir. Ich muss nur einen Pulli hier mal finden. Bei meiner Ordnung, sag ich's mal. Das ist nicht vor uns gerade so im Keller, Mann. Ich vercreep hier einmal wieder diese leise Frauenstimme im Hintergrund. Oh Mann. Alter, die Steine respawnen richtig schnell. Den hält's drauf. Ich muss weg. Oh, 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 oh. Er ist zu tief drin, oh. Ich tut so weh. Ach, nein. Wo kommen wir denn nochmal her? Nein, 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 nein. Wenn's weh tut, war's auch gut. Das ist, als ich wieder bei den Kerber und lache. Ich weiß grad gar nicht, was ich so machen soll. Weil ich kann halt erst wieder was machen, wenn wenigstens die Billo-Axe respawned. Hast du jetzt gar keine Waffe mehr, Leon? Ich... ich... Ich hab 5 Medizin verbraucht. Leon, Leon, lass die Scheiße. Leute, Leon bringt mich schon wieder um. Ich wollte nur zeigen, dass ich die Waffe habe. Ich hab einen Stock. Abgehauen. Ja, Mann! Wieso, brauchen wir so viel? Völlig unnötig, gerade mal wieder, du Spacko. Ehhh. Ah, ja. Ungelogen, ab jetzt bin ich richtig im Ohr. Ich bin da schon wieder hinten vorne. Die kleine Lokomotive. Willst du was da? Au! Doch, ist ne Lokomotive. Wir bringen uns so wohl. Karin, die kleine Lokomotive. Ey Leute, der Baum, an dem wir unser Baumhaus gebaut haben, ist respawned, ne? Das ist mir voll nicht aufgefallen. Schneemann? Warum haben wir unser Baumhaus nicht wieder zugebaut? Verkehrsmittel. Ja, wir sind alle schon durch. Mit dem neuen Update. Hallo. Kennt ja wieder einer. Hey Leon, Leon. Hey Leon, hi. Na? He he he. Hä isst du noch nichts klar, will. Ich checke im Raum? Hey Leon kann so gut ausweichen. Ja, ich checke dir irgendein Ding, ey. Am besten alles auf Stein bauen, ja. Was? So, hier bin ich sicher vor Karin. He he, das muss weh ich auch nicht. Ich bin niemals sicher vor Karin. Da geht's auf mit dem Ding fest. Ufff. Scheiße. Nein, jetzt geht's wieder. Ne, Moment. Es ist mega lustig, dass dieses Trecip-Sammelding immer noch sammelt, obwohl kein Baum wäre, der heißt. Ich sehe gerade das Problem. Da war mal ein Baum? Ich weiß, warum wir 151 Loks brauchen. Weil das Biss. Ich dachte, der sammelt von unserer Wand. Mann, warum haben wir so lange nicht mehr... Weil darunter teilweise ein Gerüst gebaut wird, wie ich gerade gesehen habe. Ja, das waren viele Sachen. Aber guck mal, da hinten sind schon wieder die fliehenden Kannibalen. Vier Stück. Brennen sie ohne Willen. E5, 6. Mensch, das waren viele. Aber wenn's nicht anders geht, geht's nicht anders. Ah, meine Homies. Was macht ihr denn da schon wieder? Mann. Oh fuck, Alter. Das glaube ich auch. Alter, willst du mich jetzt verarschen? Ha, verarscht. Ja, schon lange wissen wir das kann. Nee, die Baumstäme sind einfach in die falsche Türen gelaufen. Weil... Ja, wir fallen. Ja, wir fallen. Weil wir das nicht da drin brauchen. Ja, wir fallen. Sobald das Einwohnerproblem hier gelöst ist. Ich mein, hier ist doch noch so viel an Volks drinne. An Arm und Beinen. Naja, ich hab so viel Medizin gebrauchen im heutigen Part. Und die hängt ihr ja immer auf aus irgendeinem Grund. Im ganzen Part zuvor. Ganz ehrlich, die Köpfe sind echt nicht die schmackhaften Teile. Die Beine, die Beine, die sind zart. Ahhhh. Ich bin die Karin, Alter. Das ist eine Delikatesse. Hirn mit Ei. Hey, wieso macht ihr alles kaputt? Was brauchen wir überhaupt die Baumstämme? Ich glaub... Was bauen wir denn im Moment gerade? Ja, oben das Haus. Achso, haben wir schon wieder angefangen, ein Haus zu bauen? Haha, schon bevor wir... Rufen passt sie auf, ne? Ja. Was? Hat der Keller behauptet, dass sie aufpasst? Nein? Ist wieder sicher zum Holzen gegangen? Ne, man hat nur wieder... Das war Leon! Falls du dich noch richtig erinnern kannst. Nein, wir haben nicht gesagt, das war so. Wir waren auch beide da und haben geobachtet, wie er alles kaputt gemacht hat. Ja, ja. Ich hab auf der Bank gelegt, wie Karin stand an der Baustelle. Präztlich ist die Baustelle kaputt. Leon! Leon, das ist eigentlich gar kein Respekt vor unserem Scheiß. Jetzt mal ungelogen. Wenn sich immer mal alles kaputt... Oh. Ja. Warte, ich schlafe jetzt halt. Ich? Warum? Ich hab keine Axt, Alter! Dann bau dir eine Holz-Axt. Ich hab nicht mal glaubt das. Du brauchst den Stock. Boah, hab ich den Baum zu fallen? Nein, wir brauchen den. Ach, geht's nicht aus. Wo sind da Seile, Alex? Dann gib mir die Seile. Wo ist der Hink? Ist irgendwas kaputt geworden in der Base? Oder boah, ist das? Das ist so leer. Stimmt. Danke, Karin. Hier hast du nen Stockschlag. Gelaufen, ja. Auf jeden Fall. Oh Gott, oh Gott. Das war eine schlechte Indie-Waffe. Ja, du... Die Wadler. Kann man keine Lift bauen? Ja, für dich. Ist jetzt nicht mal ich. Sag mal, könnt ihr mir mal erklären, warum an unseren Drying-Racks nur Köpfe hängen? Und in seinem verdammten Fleisch-Racks hängen nur Köpfe. Warum? Warum? Warum konntet ihr nicht die Beine und die Arme aufhangen? Weil ich wollte die Köpfe doch haben. Karin hat wahrscheinlich schon wieder C gedrückt. Okay, warte mal was, Bob? Man braucht doch keine Closes für Dings. Was braucht man denn dafür? Ach ja, wir haben ja gesagt, es war leer und stimmt. Was braucht man denn dafür? Für was? Für die Axt. Für die Axt. Einen Stock, ein Stein und ein Seil für die Steine. Ach fuck. Ach ja, ich kann mich wieder erinnern. Ja, ich will aber jetzt nicht so ohne Equipment in die Höhle reingehen. Du einfach hier in der Nähe euren Dorf. Immer der böse Leon, Alter. Weil manchmal hängen wir die Nähe in unserer Seite rum. Wer springt denn da wieder unnötig rum? Komm, Leon, geh fahren, Mann. Das kannst du schauen. Also, dann bau dir eine. Dann bist du noch eher am sichersten. Ja. Kein Bock, jetzt hier lang zu rennen und wieder... Hey, wir haben einen Kaniwan. Hier sind Steine, hier sind Seile, blablabla. Ach, wie schön. Dann kümmere dich um ihn. In meinem Inventor. In Jagon, Alter. Alles sieht echt richtig los. Ein Holzbarren. Holzbarren. Was wollte ich denn gerade? Achso, ich weiß wieder was ich wollte. Meine Güte. Genau das wollte ich. Jetzt nachher Lure sammeln. Boah. Ich dachte jetzt extra nichts zu suchen. Ah, weiß ich. Erstmal wieder hoch den Berg, dann wieder runter den Berg. Am geilsten wäre, wenn wir hier irgendwie eine Rutsche hätten noch. Hast du mich schon hart ausgegriffen. Haben wir doch am Weg hoch. Hier liegt noch ne Hand. Wie meinste? Achso, ein Lift. Mein Gott. Mit den Händen voll zu tun. Ah. Für die... Für die Lampenkarren. Boah, Alter, das ist geil. Als ich den angezündet hab, ist einfach die ganze Kehle vor dem bisschen langsam ausgeblutet. Lecker. Nee. Seile, oder? Ich probier's mal. Ich probier's mal. Ich probier's mal. Warte, was war jetzt nochmal bei der... Bei der... Bei der... Routenfrage. Was war da nochmal? Stock. Ja, aber die... Die Lilane war auch die böse Höhle. Anscheinend sind das irgendwie... Seile... Gibt's in den Höhlen viele. ...so sexartiger zusammen, als wir gedacht haben. Nee. Wann habt ihr denn jetzt mein Effigy auf... Ich hab jetzt die ganze Zeit... Ich hab jetzt die ganze Zeit eine Leiche gesucht, um dann rauszufinden, dass mein Effigy fertig gebaut wurde. Stimmt, das auch. Boah, Karin und Nubel, was kannst du eigentlich zu lappen, ey? Was kann der Leon wollen? Ich hab grad so sehr... Mann! Was war da eigentlich? Wer von euch war das? Werd mein Effigy einfach so fertig gebaut? Nee. Ja, okay. Nee, nee. Vielleicht spürst du die... Nein, Jagon. Alles klar. Ich brauch nur mehr knapp 100, ja. Ich bin voll desinteresiert. Alles klar. Ja. Ja. Boah, ich muss schon wieder essen, hä? Gibt's nicht. Fuck, Alter. Keine Seile. Ja, und wir haben kein Essen. Ja, mach mal. Wir rufen Mongos. Die... Mein Schreie. Die Murmürzfurcht. Achtzikel. Ja. Was? Jetzt sagst du nichts mehr, Mann. Alter, ich find alles, nur keine Tiere, Mann. Ja. Ja, manchmal ist das echt, dass man einfach... Das ist, glaub ich, noch so ein Multiplayer-Buggy. Weil manchmal finden wir einfach null Tiere. Ja. Dann sind wieder 50 auf einen, Mann. Ja. Wow. War richtig... Aber es gibt noch nicht so einen... So einen... Richtig guten... Ein Lurch. Es ist immer noch ein verdammter Waran, Mann. Ein Lurch. Schön. Ein Feuerlurch. Ich wusste schon immer, dass kein... Was? Ernsthaft? Blutdurstiges. Aber sie wollte es einfach nur nicht zugeben. Was? Die böse Höhle. Die seh ich bestimmt nicht. Die siehst bestimmt nur du. Wo? Oh, aber bei mir ist da nicht. Doppel. Mann, bei mir ist es ja nicht. Ah, da ist das... Das Lager von Leon. Oh nein! Wo er... Wo er das Holz gefällt hat. Wir haben das nicht fertig gemacht. Oh, ich seh sie nicht. Bei mir spawnen die nicht. Ja. Hat mir jetzt voll lange bei mir gedauert. Oh Mann, Leon. Es ist so klar zum Nichtweinen gebracht. Hmm. Leon war's. Ich hab dir sogar schon alles abgeschnitten. Wie im echten Leben. Das Einzige was man braucht, hab ich dran gelassen. Ist wirklich nur noch der Torso. Boah, Melee. Alter. Die Mungoes? Ja, Weisle is serious, Alter. Mach gleich die Trage-Hacks an, ey. was das? Heroin Kran, Kran, Kran. Echt jetzt? Ja wohl, Alex ist halt noch nicht so gut wie wir, ne? Ist doch schon... Ich glaub die Kannibalen, die angerückt kommen, sind echt... Ich bin seit vier Tagen Igel. Das war halt echt geil. Das war ein Match, das so recht normal war eigentlich. Hey Kahn, hier ist ein Schneehase. Zwei. Komm über den Hügel. Einer ist im Boden drin, im Loch hier drin. Er hat halt zwei richtig gute Spiele gehabt, da kriegt keiner ab. Ja du bist gerade vorbei gelaufen an beiden. Bei mir steht hier einer. Und er ist tot. Aber dann bin ich auf jeden Fall jetzt Igel. Haben die anderes Fell? Ne, die haben trotzdem Rabbit Fur. Hast du dein Spiel geupdatet? Aber ich find... Bei... Sebi fehlt teilweise auch so ein bisschen das Unbetrieb. Es gibt... So... Und Kahn hat sich gleich wieder mit dem nächsten Lead Power auf. Ne, ist ja. Hey, was du die weißt, ist die Werte. Kann. Die greifen sich... Die greifen sich gerade alle selber an. Lass sie doch das gegenseitig auskämpfen. So... Noch 100... Blocks. Ja reparier gegen, ist doch egal. Hey, reparier doch dagegen! Ja eben, was macht du das? Patz, ich glaube, du musst mal an deiner Freundin eine Beruhigungsspritze geben. Ja dann geh du dir doch mal tönen und ich hab raus stehen da oben rum, Alex. Was machst du da? Ehe wirklich. Ja, hab ich auch nicht. Hast du keine Pflanzen mehr, um die zu machen, oder? Welchen Rang ist deine Freundin Siskel oder spiel dir nur mit deinem Account? Ja, das ist echt so. Aloe Vera und die Marigold. Echt jetzt? Okay. Ja, also Orange und diese Kaktusdinger. Was? Aloe Vera und Marigold, Alter. Okay. Ja, ich erklär das dir für alle, Alex. Was? Warum, Leon? Ich bin doch hier DMG. Was? Hm? Oh ja, okay, vielleicht töten wir die Micha jetzt mal. Seit wann bist du ein Igelleon? Also so schnell geht das mit dem Reparieren auch nicht. Ja, die Pizza geht zum DMG, also... Ich verstecke mich nicht, man. Wir verteidigen das Scheißding bis auf unseren letzten Tropfen Blut. So, will einer von euch mal vielleicht zurückkommen und vielleicht mal irgendwie mithelfen? Ja, ich kann halt nicht helfen. Okay, Leute, ich hab kein Treset mehr, jetzt hab ich ein Problem. Ja, Alex müsste irgendwie 400 oder so haben. Ist das denn für einer? Hast du das mit Pablo nochmal gespielt? Nice. Oh ja, ist doch tot, hast du nice gemacht. Bruder! 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 Ach so, ja gut, dann habt ihr ne richtig krasse Lobby gehabt. Wo kann ich Aloe Vera finden? Die... Oh mein Gott! Was? Scheiße! Weil wenn ich mit Andi, Domi und Erik und... So...